hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten vorlage natürlich und wir sind wie immer bei unser häuschen hier statt immer da vor türen so da ist noch kripper für kripper nehmen wir eisenschwert weil der macht mehr schaden gut und jetzt achten wir holz damit die letzte folge gesagt weil wir wohl will ich schilder machen was kommt hier ganz gelohnt konnte jetzt schneller machen auch gleich gut ich weiß nie ob die große ist der heute er sonst nicht so das haben wir der eimer schauen wir auf die steine werden mir überlegt mir was aus den steinen aber weg will ich unbedingt machen so ein weg momentan machen wir noch lager uns kommt ganz oben der lager wird fertig wird es ja schon hat er wieso nicht verarschen muss ich einfach so springen gott sei dank das war letzte so wie viel haben wir 55 muss ich erst mal herausfinden wie viel brauchen wir erst mal so dass unser erreichen warten wir bis komplett alles geld ist okay so will schauen das platte und will mache ich so aha da haben wir also ist jetzt alles klar das machen wir so zuck 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 und zack wie viel brauchen wir okay das sollte dort ist es war 16 einzig okay gut zu wissen komm nehmen wir ich weiß nicht wie habe ich da gemacht äh das kommt hier genau ja ja stein fertig mehr will ich nicht hier ist ein gut erde sehr schön die nächste hoffe ich richtig ich glaube habe ich falsch gestimmt redstone aber ich werde wissen was ich meine hier das war mir auch was ist das vielleicht, das Erz, genau, also Eisen und so weiter kommen hier rein, oh Erz, Kohle, Kohle, ja, Kohle, genau, Kohle, Redstone, gut, pass schon Ah 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 Wer Schauen wir später So Also Holz, genau, das fehlt uns Essen werden unten Stein, 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 Stein Ich will ein bisschen separat, mal Stein und Bruchstein, machen wir so, gut Und jetzt Erde, haben wir Erde, haben wir Erde So Das können wir so machen Erz, Erz haben wir nicht Nicht Kohle Haben wir auch nicht dabei Aber Hier machen wir Holz drauf Genau Holz Fertig Sehr schön Weil immer wieder haben wir mehr Viel zu viel Holz Ähm Ja Holz Das machen wir hier So Da Wurde Pflanzen Das 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 auch rein Da machen wir sonstiges Das 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 Einmal das Ich habe keine Ahnung wo sollte ich reinmachen Ähm Jo 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 Soll es passen Schauen wir auf den Eimer Hier oben ist irgendwie leer Finde ich scheiße So Das nehme ich Das nehme ich Das nehme ich Das nehme ich Das Wieso mache ich alles weg Oh Voll Super So Gehen wir noch nach oben Was haben wir So So Immer Stein Kein Thema Von Diese Scheiße haben wir Hauptmann Oh Das hat noch was anderes Hm Das wäre nicht schlecht Was mache ich Ein anderes So Was war das Ah Scheiße Ich weiß nicht mehr Da Da Wo ist das An Der Sti An Der Stit An Der Stit Schauen wir mal Habe ich richtig Habe ich richtig Ja Aber ja richtig Ja nicht schlecht Kies So haufenweise Wo Diese Namen muss ich mir wahrscheinlich aufschreiben Warte Hörb Warte 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 und jetzt die genau und die genau das muss ich will ich alles auf eine truhe machen weil das von denen diese sachen bekommen am wenigsten ok wenn wir zu viel dann können wir das gerade machen genau so wieso habe ich das zugemacht was ist noch dieurid gut fertig dieurid anders die grabe was haben wir noch da das habe ich sonst die hand genau sonstige ist auch feuerstein auch sonstige das auch das geht ich glaube mache ich noch kies hier drauf zack kiss me kiss me genau so sollte sein gut dann machen wir das kieser nein schwarze pulver kommen wir auch so gut und so weiter ist gut waffen weil er gehört zu waffen so theoretisch und praktisch ausgesehen sind fertig das wieso konnte ich weg machen wird lieber da gerne lassen mal sehen wie das werde später das bin mir gebrauchen sollte zu essen das brauche ich das brauche ich gut da ist ein gut soweit so gut haben wir lager ist fertig derzeit ist nicht so ganz so weit wie ich sehe aufnahme haben wir 37 bäume 37 so unser haus fertig lagerhaus fertig noch was oben weiß ich nicht ganz genau was mache ich ich wollte eigentlich lager machen aber habe ich was anderes also gedacht für dich besser hat so das wird lager beschriftet und so weiter das ist oben und was fehlt mir noch was konnte ich jetzt wird es ihr befragt was kannte ich da oben machen was ein wir schöner sofa oder engel was dann muss ich mir überlegen küche er küche habe ich mir unten schon dann lassen wir das weg schlafen ich glaube macht schlafen mal sehen wie das wird ihr da können sie mir vorschläge machen was soll ich da rein machen ich werde mich freuen wie jeder kommentar und wir sehen uns nächstes mal und vergessen sie nicht bewerten will sehr mich freuen und wir sehen so wie immer nächsten freitag um 20 uhr